Und in Berlin bin ich jetzt verbunden mit Moritz Gartmann, er ist Chefreporter beim Magazin Cicero und wir könnten keinen besseren finden, Herr Gartmann, an diesem Morgen hier zu sprechen, denn Sie haben reichhaltige Erfahrungen, Reiseerfahrungen in der Ukraine gesammelt und waren lange Jahre Korrespondent in Russland. Also schön, dass Sie beim Phoenix nachgefragt sind. Herr Gartmann, beginnen wir bei diesen sozusagen Rumors, wie man im englischen Sprachraum sagen würde, über diese Reise, also ein Trio Scholz-Dragi-Macron. Was müsste passieren, damit das mehr als ein Bildtermin wird? Es ist natürlich klar, dass diese Reise sehr wichtig ist. Es gab einen langen Vorlauf. Dieser Krieg dauert jetzt schon fast vier Monate. Man erwartet diese Reise seitdem in der Ukraine und die können nicht mit leeren Händen dorthin reisen, damit diese Reise überhaupt Sinn macht. Zum einen muss das eine klare Ansage bezüglich der ukrainischen Beitrittsperspektive zur EU sein. Das könnte zum Beispiel so etwas sein wie eine bedingte Zusage. Also es gibt eine Frist von einem Jahr und in diesem einen Jahr muss die Ukraine bestimmte Bedingungen erfüllen und dann bekommt sie nach einem Jahr diesen EU-Beitrittsstatus. Zum anderen sollten, müssen das Zusagen bei den Waffenlieferungen sein. Denn man darf nicht vergessen, diese drei Länder, Frankreich, Italien und Deutschland, gehörten immer zu den Bremsern bei den Waffenlieferungen. Und die militärische Lage im Osten der Ukraine beweist uns allen sehr deutlich, die Ukraine braucht mehr schwere Waffen, insbesondere Artillerie, um sich überhaupt verteidigen zu können gegen Russland, um weitere Gebietsverluste zu vermeiden. Also auf jeden Fall sind alle drei Herren sowohl im G7-Kontext als auch im EU-Kontext sprechfähig, weil Mitgliedschaft sozusagen in beiden Konstellationen da ist. Bleiben wir mal ganz kurz nochmal bei diesen Erwartungen an Deutschland, gerade weil sie so viel Binnenkenntnis in der Ukraine haben und dort auch viele Kontakte hin. Inwieweit werden wir als Deutschland dort eigentlich schon als unsicherer Kantonisten wahrgenommen? Das muss man leider klar bejahen. Deutschland wird als unsicherer Kantonist wahrgenommen. Ich habe immer wieder Anfragen bekommen aus der Ukraine von Journalisten, von sonstigen Kollegen, die mich gefragt haben, steht Olaf Scholz eigentlich auf der Payroll des Kremls? Man macht es sich da ein bisschen zu leicht. Man sieht diese Verbindungen SPD, Schröder, Putin, Kreml. Aber unterm Strich muss man sagen, tatsächlich seit Beginn dieser Krise, trotz verschiedener Ansagen der Bundesregierung, dass man die Ukraine doch unterstütze, gehörte Deutschland immer noch zu den Bremsern. Man tut sich sehr schwer mit Russland, diesem Aggressor, der seit über 100 Tagen die Ukraine angreift, versucht, dieses Land zu unterjochen, mit Russland zu brechen. Und ich kann nur sagen, diese Reise nach Kiew ist ein sehr guter Moment für Scholz, diesem Eindruck entschieden entgegenzutreten. Auf der Terminliste dieser Woche steht auch durchaus eine Positionierung der EU-Kommission, nämlich zum Beitrittsgesuch der Ukraine. Sie haben das ja gesagt, das könnte auch im Kontext dieses Besuches auf jeden Fall mit zur Sprache kommen. Aber mit Ihrer Binnenkenntnis des Landes zu diesem Beitrittsgesuch, wie steht es eigentlich um die faktische Beitrittsfähigkeit? Das ist eine enorm große Zahl von Kapiteln, die man erfüllen muss. Also da hat sich in der Ukraine tatsächlich sehr viel getan seit 2014, seit dieser Revolution. Es hat sich sehr viel getan auf gesetzgeberischer Ebene. Es sind sehr viele Gesetze erlassen worden gegen Korruption. Das Land ist reformiert worden. Es sind Institutionen geschaffen worden wie die NABU, die Antikorruptionsbehörde. Allerdings mangelt es in vielen Fällen an der Umsetzung. Es mangelt daran, diese Reform auch mit Leben zu füllen. Und da muss man leider sagen, es gibt eben viele Kräfte im Land, die am Status Quo festhalten. Das sind Leute in der Richterschaft, Leute in den staatlichen Institutionen, auch in der Polizei, auch die Oligarchen, denen daran gelegen ist, am Status Quo festzuhalten, weil sie davon profitieren. Da muss sich eben sehr viel tun in der Umsetzung. Zum anderen muss man sagen, verfällt leider auch Selenskyj dieser alten Verlockung, diese große präsidentielle Macht zu nutzen, um seine politischen Konkurrenten zu schwächen. Im März hat sich unter Druck der Präsidialverwaltung die wichtigste Oppositionspartei aufgelöst. In der letzten Woche wurden quasi par ordre du mufti von Selenskyj die Fernsehsender von Petro Poroschenko geschlossen. Das ist immerhin der ehemalige Präsident vor Selenskyj. Und Selenskyj ist wichtigster politischer Konkurrent. Ich denke, diese Themen muss man klar ansprechen, wenn man in Kiew ist. Herr Gartmann, für ein nächstes Gespräch heben wir uns noch auf, etwas intensiver über Russland zu sprechen und über eine mögliche Strategie von Wladimir Putin. Aber für den heutigen Tag möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, bei Moritz Gartmann, Chefreporter beim Magazin Cicero, für Ihre Eindrücke, vor allen Dingen auch für Ihren Hintergrund-Expertise. Dankeschön. Sehr gerne.